Hi Freunde und Herzlich Willkommen, hier war Arche Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge-Pack Opening als ersten Upload an diesem Sonntag. Ihr seht es, wir wollen uns heute gemeinsam um die Gold Upgrade SBC kümmern. 20 Mal werden wir sie angreifen, hoffen natürlich auch Packluck und dafür schon mal Hashtag Packluck gerne in die Kommentare. Wenn ihr das Video nochmal zu Team Nummer 2 sehen wollt, 20 Mal die Gold Upgrade SBC, dann könnt ihr das Video schon mal supporten. Auf kostenfreier Basis, 300 Likes, das gebe ich euch wieder als Ziel raus, lasst uns die so schnell wie möglich voll machen. Und ihr schreibt natürlich gerne in die Kommentare, falls ihr Packluck hattet schon in dieser Shapeshifter Promo, dann würde ich das natürlich gerne wissen. Ab damit in die Kommentare und falls ihr generell keine weiteren Squad Building Challenges mehr verpassen wollt, zum Beispiel halt 20 Mal die Gold Upgrade SBC. Wir haben uns gestern 20 Mal schon um andere Packs gekümmert, da haben wir auch 20 Mal Packs geöffnet. Ein geiles Pack Opening war das, könnt ihr oben rechts das nochmal abchecken. Und wie gesagt, jetzt diese Gold Upgrade SBC, das seid ihr von mir gewohnt. Was bekommen wir zurück? Zwei seltene Goldspieler, beide sind natürlich untradable. Und was mussten wir abgeben? Ich denke, ihr kennt die Squad Building Challenge, vor allen Dingen, wenn ihr natürlich schon länger mit am Start seid. Ja, genau, Goldspieler, Teamspiel mindestens 40 und dann abfahrt das ganze Ding. Falls ihr uns supporten wollt auf dem Weg zu den 40.000 Abonnenten, gerne ein Abo dalassen, gerne die Glocke aktivieren. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Wir werden heute wieder 10 Packs auf dem Hauptaccount hier machen und 10 weitere Sets dann auf dem SBC-Account. So, dass wir also insgesamt dann unsere 20 Sets zusammenbekommen. Ja, und zu den Shapeshiftern, ich denke, da muss ich euch großartig nicht viel zu sagen. David Luiz, Marcelo, Messi, Benjeda, Mahrez und viele, viele weitere sind natürlich noch am Start. Ich denke, da wisst ihr Bescheid, welche Spieler wir ziehen können. Ja, ich hoffe einfach, es ist einer von denen dabei. Es wäre natürlich ein Träubchen. Außerdem haben wir noch die Champions League und die Europa League. Man of the Match Karten, die draußen sind. Das ganze neue Team of the Week natürlich auch noch. Insofern, ja, einfach Daumen drücken. Hashtag weg, lag in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in das heutige erste Video. Also, 3, 2, 1 und zack, erstes Set direkt mal öffnen. Und hoffen natürlich, dass wir was Geiles ziehen können. Heute Abend geht es natürlich dann weiter. 19 Uhr, frischer Content hoffentlich. Und falls ihr den, wie gesagt, nicht verpassen wollt, einfach gerne die Glocke aktivieren. Und dann verpasst ihr generell keine weiteren Videos. Wir fangen an mit einem Simon. 75er, das ist natürlich schon mal nicht das Geilste hier. 2,75er sogar. Also, das ist wirklich Worst, Worst Case. Naja, egal. Wir hoffen trotzdem noch, 9 weitere Sets liegen noch vor uns. Und dann 10 weitere auf dem SPC-Account. Und es wäre ein Träumchen, wenn wir was Geiles ziehen könnten, ob es wieder ein Mega-Walkout wird. Genauso wie letzte Woche. Ja, es war einfach wirklich, wirklich, wirklich nice. Und jetzt fangen wir an mit Lecom, 82er. Ja, und das Ganze könnt ihr, wenn ihr Bock drauf habt, natürlich dann jeweils zu jeder Promo sehen. Also, sowohl natürlich, sind die jetzt beide untradable. Okay, zum Glück nur Lecom, den stoßen wir ab. Kein Problem. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das natürlich weiterhin zu jeder weiteren Promo sehen. Dass wir 20 Mal diese Packs öffnen. Und hoffen dann einfach, ja, eine Promokarte zu ziehen. Es wäre auf jeden Fall, oh ja, Wand oder Walkout ist es? Oh mein Gott, was ist das? Ich weiß es nicht. Man of the Match. Oh mein Gott, ich dachte mir so, oh mein Gott, es ist kein Inform. Es wird, wer ist es? Haji, nice, 86er Tempo, es ist rechter Stürmer. Hat sie nicht normal, eine zentrale Karte? Ich bin mir gerade unsicher. UEFA Europa League, Man of the Match. Damit hoffen wir schon mal aus dem dritten Set, war es glaube ich jetzt die erste Special-Karte. Also, das könnte auf jeden Fall hier schlechter starten, wie ich finde. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Unten 82er Anarki Williams, das ist nice. Haji ist am Start, was hat der? Drei Sterne, Fünf Sterne, sehr, sehr nice. Und 92er Ausdauer. Ja, jetzt fehlt quasi noch ein Spieler, dann könnte ich den vielleicht mit meinem Kent linken. Oder irgendwie so in diese Richtung halt. Ja, mal gucken, mal gucken, ob wir noch was Geiles sehen können. Oh mein Gott, ich dachte gerade, hey, was sind denn das für Flares, die da runterkommen? Grün sind sie ja nicht. Wie sehen denn die Champions League Dinge aus? Dann wie die normalen UCL-Karten? Die sowieso immer als Sets drin sind. Was war das jetzt, Milner oder so? Ich weiß gerade gar nicht. 80er ZM. Oxid Chamberlain. Und 82er ZMs. Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen? Komm schon, Jungs. Sechs Sets noch. Ein Man of the Match Special Card ist schon am Start. Wie kann das Ganze noch weitergehen? Ah, schade. Gönnt EA oder nicht? Das ist hier die große Frage. 81er Gummi. 81er Gummis. Ai, 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 ai. Komm schon, bitte sei tradable. Das wäre natürlich schlecht, wenn wir jetzt hier übelst viele Discarden müssten. Extra hier auf dem Hauptaccount die Sets gebildet. Und, aber hey, um es positiv zu sehen, eine Special-Karte haben wir schon. Was bringt jetzt hier die goldene Mitte? Komm schon. EA, zeig uns, dass du es drauf hast. Alles klar. Tease uns doch immer hin. Mit dem Wand- oder Walkout-Spieler. Come on. EA, komm bitte. Collie und Eggen. Das geht besser. Macht ihr vielleicht auch die Gold-Upgrade-SPC? Macht ihr andere SPCs, ja? Lasst mich gerne in die Kommentare wissen. Und hier wieder keine Wand und kein Walkout. Es wird Kehrer. Er hatte ja seine FS-Karte. Future-Stars-Karte. Die habe ich auf dem SPC-Account gezogen. Und ein, ja, zwei Innenverteidiger. Immer diese gleichen Positionen am Start pro Set. Das ist schon ein bisschen weird. Aber komm, noch ein Walkout aus den letzten Sets. Oh ja, da ist einer. Wand- oder Walkout. Es wird nur eine Wand. Portugal. ZDM. ZM wird es. Ja, immerhin. Immerhin der 84er, Joe Moutinho. Kein ZDM 83er. Wer fällt mir da ein? Pereira natürlich direkt von Porto zum Beispiel. Und wir ziehen Lamella und Joe Moutinho. Ah, 84er nehmen wir natürlich gerne mit. Damit kann man immerhin etwas anfangen. So, zwei Sets noch. Komm schon. Es ist der Haupt-Account. Hier ist es nochmal doppelt wichtig. Hier ist es nochmal doppelt wichtig. EA. Come on. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Ich glaube, ich mache jetzt generell immer die 20 Mal Gold-Upgrade-SPCs. Die mache ich immer komplett auf dem SBC-Account wieder. Ich habe irgendwie beim letzten Mal angefangen, jeweils dann 10 pro Account zu machen. Beim letzten Mal hat es so ein Kanté gebracht. Und jetzt wird es leider tatsächlich nur ein Haji. Und wen haben wir noch gehabt? Joe Moutinho. War es noch ein Besserer drin? Ben als Rechtsverteidiger. Gut für SBCs. Aber mehr dann auch nicht. Und Philips. Und damit würde ich sagen, ab zu den nächsten CZs auf dem SBC-Account. Let's go. So, Freunde. Da sind wir zurück. Und da seht ihr nochmal die ganzen Spieler, die wir ziehen können. Ein Atal, Kondogbia, Renatus Sanchez, Einbabu, Kainz, Nandes, Lucas Moura, Mertens Benjeda und so weiter und so fort. Also, richtig geile Shapeshifter-Karten. Bitte lasst uns davon einfach richtig geile Karten ziehen. Das Team of the Week. Und es wäre eigentlich nice, wenn wir hier noch eine Seite hätten mit den ganzen UCL und Man of the Match-Karten der Europa League. Dass man das einfach hier schön zur Übersicht hätte. Wäre auf jeden Fall nice. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze nochmal zum zweiten Team dann sehen wollt. Shapeshifter-Team 1. Ja, wie gesagt, jetzt draußen. Dann werde ich das Ganze nochmal angreifen. Dann wird es nächste Woche Sonntag exakt das Gleiche nochmal geben. 20 Mal die Gold-Abbets-PC. Einfach das Video supporten. Mit einem Daumen nach oben. Mit einem Kommentar. Weiterleiten das Video. Wie auch immer. Einfach Support zeigen. Und da wisst ihr Bescheid. Wird es das definitiv nochmal geben. Also, so viel dazu. Und jetzt seht ihr schon 10 Sets vorbereitet. Und ready to go. Oh yes, baby. Come on. Let's go. Let's go, EA. Zeig, dass du was drauf hast. Komm, erster Wand oder Walkout direkt. Ne, leider nicht. Leider nicht. Das können wir dann auch direkt wieder mal skippen. Falls ihr unbedingt zu den Regen hört über mir, sorry dafür. Aber ich denke mal, ich hoffe. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich höre es auf jeden Fall extrem laut. Ich weiß noch nicht, ob das Mikro es aufnimmt. Aber wir sind ja auch gleich durch. Neun Sets haben wir noch. Nochmal Daumen drücken. Ich hoffe, ihr habt euch natürlich was Entspanntes zu essen geholt. Was zu trinken. Und guckt jetzt hier entspannt das Video. Aber EA scheint nicht so wirklich zu gönnen heute. Also, das geht natürlich besser. Das geht natürlich besser. Und Haji, da kann ich mal kurz nebenbei gucken. Was hat der jetzt eigentlich an Ant-Coins gekostet? Ist es Wand oder Walkout? Oh, UCL-Karte. UCL-Karte wird's. Gucken wir mal bei den neuen Spielern. Gucken, was Haji gebracht hat. Da ist es Discard. Es ist Daya auf jeden Fall jetzt hier. Ja, 12.000 Münzen. Nahezu Discard, dieser Haji. Und hier, ja, wenn das eine Main of the Match Card auch nochmal gewesen wäre. Wäre natürlich besser gewesen. Daya UCL und The Waste. Oder wie er ausgesprochen wird. Nehmen wir mit. Und jetzt. Come on, yay. Walkout. Ja, das ist Wand oder Walkout, oder? Ne. Leider nicht, Jungs. Leider nicht. Können wir wieder skippen. Können wir leider wieder skippen. Und das wollen wir eigentlich nicht haben, ne? Van Nacken und Vargas. Come on, yay. Schon wieder jetzt hier drei Viertel durch mit den Sets. Nach diesem Set. Ohne Worte. Das ist einfach ohne Worte. Es hat sich mal wieder anscheinend nicht gelost. Kaldara und Prato. Dieses Set zu bilden. Extra für euch. Fürs Video. Dachte ich mir, gönne ich mal euch wieder die 20 Sets. Aber EA scheint tatsächlich nicht zu gönnen. Also der ganze Zeitaufwand. Die Coins, die ich wieder reingesteckt habe. Ich hoffe, es hat sich trotzdem gelohnt. Ich hoffe, das Video supportet ihr auch trotzdem auf diesem Wege. Mit einem Daumen nach oben. Und. Dann geht da wenigstens meine Laune hoch. Was das angeht. Ah, das ist aber echt bitter. Das ist echt bitter. Komm schon. Drei Sets können uns noch retten. Beim letzten Mal hatten wir Delhi Alley Man of the Match Walkout. Im letzten Set. Das war, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen. Alter. 80er in Zonzi. Die Wechselkarte zu Rennen. Ist doch Startrennen, oder? Ja, Startrennen ist es. Immerhin zwei Spieler, die wir noch nicht im Verein hatten, um es positiv zu sehen. Komm schon. Ich glaube, hier auf dem Account hatten wir jetzt noch keinen Walkout oder einen Wandspieler. Ist das er? Ja, das ist ein Wand- oder Walkout. Come on. In vom Walkout, oder was? England. Innenverteidiger. Ah, Maguire. Gutes, ordentliches Rating mit der 86. Aber er ist halt einfach so, so langsam. Er ist halt so, so langsam. Trotzdem nehme ich ihn natürlich gerne mit. Ein 86er-Inform ist ein 86er-Inform. Klar, SPC-Futter. Aber den musst du halt auch erstmal haben. Ein 86er-Inform. Insofern nicht schlecht. Der dürfte auch einiges an Coins kosten. Plus ein 83er-Inform mit hinten dran. Oh, geht sogar. Ja, okay. Es werden jetzt die ganze Zeit Chef-Tifter-Karten gezogen. Pro-Packs sind draußen über das Wochenende. Ist auch klar, dass er jetzt nicht zu viel kostet. Der wird wahrscheinlich hochgehen, sobald er nochmal raus aus dem Packs ist. Weil er einfach das 86er-Rating hat. Spielbar ist er definitiv nicht. 50er-Antritt, 57er-Sprint-Geschwindigkeit. Ja, Moin und gute Nacht einfach nur dafür. Ausdauer bei 73. Eieieieiei. Da muss ich aber ganz dringend los. Und jetzt die letzten beiden Sets. Komm schon, EA. Hau raus. Nochmal Walkout. Ich will es nochmal sehen. Ja, okay. Dann halt nicht. Also, wir haben den Walkout in Form. Wir haben den Walkout Haji gezogen. Sturridge aus der türkischen Liga. Jetzt auch am Start. Und jetzt das letzte Set. Komm schon, Jungs. Nochmal Daumen drücken. Das Düftewand. Nee. Nee, ist es nicht. Ist es leider nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Figurli wird es am Ende. Was ist eure Meinung dazu? Zu den 20 Gold-Upgrade-Packs, die wir jetzt heute gezogen haben. Wie gesagt. Oh, wir ziehen Defoe da. Das ist die linkbare Möglichkeit zu Haji zum Beispiel. Auch wenn Defoe die Karte nicht so wirklich spielbar ist. Ich hoffe. Es hat euch trotzdem gefallen. Die 20-mal Gold-Upgrade-SPC. Ich hoffe, die Zeit und die Coins haben sich wieder gelohnt. Und damit würde ich sagen. Ja. Lasst ein Like da. Auch wenn es dieses Mal wieder ein Mitleid-Likes da. Meiner Meinung nach ist. Mitleid-Likes. Mitleid-Like. Nichtsdestotrotz. 86er Endform. Haji auf dem Haupt-Account. Und damit. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Heute Abend geht es weiter hoffentlich. 19 Uhr. Frischer Content. 20.15 Uhr. Dürfte das Video noch online gehen. Also seid da gerne wieder mit ab Start. Und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020